Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die angestrebte Währungsunion mit der DDR findet auch die Zustimmung der Wirtschaft und der Gewerkschaften in der Bundesrepublik. Das bestätigte sich heute bei einem mehrstündigen Spitzengespräch im Bundeskanzleramt. Zugleich war man sich auch darin einig, dass es nun an der DDR-Liege sich zu öffnen. Bundeskanzler Kohl kündigte für den kommenden April eine weitere derartige Konferenz an. Der Aufwand war erheblich das Ergebnis eher dürftig. Nach dem Gespräch von 40 führenden Vertretern der bundesdeutschen Wirtschaft und zwei Gewerkschaftern mit der Bundesregierung ist nichts anders, als es vorher war. Immerhin, man konnte am runden Tisch im NATO-Saal des Kanzleramtes seine ersten Erfahrungen vortragen, die man bei den bisherigen wirtschaftlichen Gehversuchen in der DDR gesammelt hatte. Zu einer Diskussion reichte die Zeit nicht. Den Kanzler und seine Gäste drängte es zur Presse. Vor allem zwei Botschaften nahm er mit dorthin. Die Unterstützung für die Währungsunion ist einhellig und wird auch von den Gewerkschaften geteilt. Und die Unternehmen sitzen mit einer Vielzahl von Projekten gewissermaßen in den Startlöchern und warten nun auf grünes Licht in der DDR. Dabei geht es natürlich allen, die hier sprachen, auch darum, dass diese zahlreichen Initiativen, Kooperationsvorhaben und Ähnliches auch tatsächlich möglich sein wird. Ich glaube, es ist falsch, den schwarzen Peter sozusagen nur der Bundesrepublik oder überhaupt der Bundesrepublik zuzuschieben, solange nicht drüben die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen sind, die das Wirtschaften und Investieren möglich machen und natürlich auch attraktiv machen. Wie die Wirtschaft sehen auch die Gewerkschaften für die DDR gute Chancen. Sie nennen aber auch die Risiken. Mit Übernahme unserer wirtschaftlichen Aktivitäten, wie wir sie gewöhnt sind und wie sie dort sicherlich auch nicht ohne Erfolg bleiben werden, werden wir damit rechnen müssen, in einer Reihe von Betrieben Arbeitsplätze zu verlieren. Und wir werden die Voraussetzungen schaffen müssen, dass dort bei Arbeitslosigkeit mindestens die gleichen Voraussetzungen für die Menschen und ihre Existenzbedingungen gegeben sind wie hier. Auch diese Forderung ist nicht neu, wie alles, was heute im Kanzleramt gesagt wurde. Wichtig bleibt dennoch das so breit unterstützte Signal an die DDR. Die Währungsunion wäre zwar eine Rosskur für ihre Wirtschaft, aber wirksamer als jedes weitere Herumdoktern am Patienten. Zur Vorbereitung einer gesamtdeutschen Währungsunion und Wirtschaftsgemeinschaft hat sich heute in Ostberlin erstmals die neu geschaffene Expertenkommission getroffen. Die beiden Delegationen unter Leitung des Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium Köhler sowie des DDR-Ministers ohne Geschäftsbereich Romberg verständigten sich darauf, die Vorarbeiten bis zu den Wahlen in der DDR am 18. März abzuschließen. Bereits heute wurden vier Arbeitsgruppen gebildet, und zwar zu den Bereichen Währung, Wirtschaftsreform, Finanzen und soziale Sicherheit. Von den zahlreichen Behinderungen in den deutsch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen sind heute zwei weitere abgeschafft worden. Die Bundesbank in Frankfurt gab grünes Licht für Direktinvestitionen. Unternehmer können damit künftig ohne Genehmigung vom bundesdeutscher Seite in der DDR Werke gründen oder Firmen kaufen. Ebenso dürfen Betriebe aus der DDR frei in der Bundesrepublik investieren. Auch der Ministerrat in Ostberlin beschloss heute Erleichterungen. So kann der Handel in der DDR ab sofort unbegrenzt Waren und Dienstleistungen aus der Bundesrepublik beziehen und gegen einheimische Währung, aber auch für D-Mark anbieten. Die Volkskammer in Ostberlin hat heute das neue Wahlgesetz verabschiedet. Damit sind auch die gesetzlichen Grundlagen für die erste freie und geheime Wahl des Parlamentes am 18. März geschaffen. Ministerpräsident Modrow hatte zuvor in einer Regierungserklärung vor der Volkskammer eindringlich zur Wahrung der sozialen Rechte aufgerufen. Auch die nächste DDR-Regierung müsse bei den Verhandlungen mit Bonn über eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten das Recht auf Arbeit, die soziale Absicherung der Bürger und die Unterstützung sozial Schwacher verteidigen. Zugleich forderte Modrow die Bürger zu Selbstbewusstsein und Besinnung auf die eigenen Werte auf. Wer in der DDR jetzt noch auf Koffern, die gepackt sind, sitzt, sollte sie wieder auspacken. Die nächste Volkskammer, die wir in knapp vier Wochen wählen, wird berufen sein, einen historischen Schritt zu tun, den gültigen Schritt zur Einheit Deutschlands. Auf ihrer heutigen Sitzung hat die Volkskammer dafür die Voraussetzungen geschaffen. Mit großer Mehrheit verabschiedete sie ein neues Wahlgesetz und eine Wahlordnung. Damit können in 26 Tagen erstmals in der DDR freie, allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlen stattfinden. Die Dynamik der deutsch-deutschen Entwicklung hat aufs Tempo gedrückt. Das Wahlgesetz ist sozusagen aus dem Stand erarbeitet worden und soll nur für die Wahl am 18. März gültig sein. Dieser Hinweis erscheint mir wichtig im Hinblick auf die notwendigen Kompromisse, auch Lücken und Mängel des Gesetzes, die sich aus den Zwängen des mehrfach vorgezogenen Wahltermins ergeben. Einstimmig belegten die Mitglieder der Volkskammer eine Verfassungsänderung, nach der das neue Parlament nur für vier statt wie bisher fünf Jahre gewählt wird und auf 400 Abgeordnete schrumpft. Sie werden in 15 Wahlkreisen gewählt. Eine Sperrklausel wie die bundesdeutsche Fünf-Prozent-Hürde gibt es nicht. Wahlmanipulationen sollen der Vergangenheit angehören. Wahlvorschläge sind einer demokratisch gebildeten Wahlkommission einzureichen. Die neuen Gesetze sollen einen reibungslosen und für alle Bürger kontrollierbaren Wahlablauf gewährleisten. Und man kann sicher sein, Wahlkommission und Wahlvorstände werden ihre Arbeit unter dem besonders kritischen Blick der Öffentlichkeit tun. Der Transitverkehr zwischen dem Bundesgebiet und West-Berlin wird von morgen an erleichtert. Zwar werden weiterhin Zählkarten ausgegeben, doch werden darin nur noch die Art des Fahrzeuges und die Anzahl der Reisenden vermerkt. Auf das Stempeln der Pässe und die Kontrolle der Kfz-Papiere wird künftig verzichtet. Der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung, Pirot, hat heute bestätigt, in der DDR Wirtschaftsminister werden zu wollen. In einem Interview des Norddeutschen Rundfunks verwies Pirot auf eine entsprechende Anfrage des Vorsitzenden der DDR-CDU de Maizière. Seine Bereitschaft zu kandidieren begründete der frühere Berliner Wirtschaftssenator damit, dass in der DDR jeder die Marktwirtschaft anstrebe, keiner aber die notwendige Erfahrung habe. Der CDU-Vorsitzende Bundeskanzler Kohl hat bei einer Wahlkundgebung der Allianz für Deutschland in Erfurt zu raschen Schritten zur deutschen Einheit aufgerufen. Helmut, Helmut, riefen die Erfurter, als der Kanzler sich durch die Menge auf dem Domplatz schob. Seine Gastgeber von der Allianz für Deutschland begrüßten ihn als den Kanzler des deutschen Vaterlandes. Für bundesrepublikanische Verhältnisse waren die Wahlreden hier eher gemäßigt. Die Vorsitzenden der drei Allianzparteien griffen die DDR-SPD nicht direkt an. Sie warnten allerdings vor Panikmache gegenüber der kommenden Währungs- und Wirtschaftsunion. Doch bei allem Jubel, die sozialen Ängste sind in der Bevölkerung vorhanden. Und so versicherte die Allianz, dass auch für sie die soziale Geborgenheit an erster Stelle stünde. Auch der Bundeskanzler wollte den Erfurtern vor allem Mut machen. Er versprach ein blühendes Thüringen, wenn erst einmal die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft in der DDR verankert seien. Wir wollen hier in der DDR ein soziales Klima in dem Unternehmen, in dem der Mittelstand, in dem die Gewerkschaften, in dem alle die Verantwortung in der Wirtschaft tragen, zusammenarbeiten. Wir wollen nicht die geballte Faust des Genossen im Klassenkampf. Wir wollen die ausgestreckte Hand des Partners. Das ist unsere Vorstellung einer freien Gesellschaft. Solange das soziale Netz der Bundesrepublik in der DDR nicht verwirklicht sei, verstehe er die Ängste der Bürger. Auf die heiß diskutierte Frage, was aus dem Spargut haben werde, sprach der Kanzler von einer sozialen Verpflichtung. Eine verbindliche Antwort konnte er aber nicht geben. Eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten betrifft nach den Worten des sowjetischen Staates und Parteichef Gorbatschow nicht nur die Deutschen. Bei allem Respekt vor dem nationalen Recht der Deutschen, so betonte er im Parteiorgan Pravda, sei es doch unmöglich, sich vorzustellen, dass sie sich untereinander einigten und es den anderen dann nur noch übrig bliebe, ihre Entscheidungen gut zu heißen. Als Bedingung für eine Vereinigung nannte er die Unverletzlichkeit der Nachkriegsgrenzen und die Aufrechterhaltung des militärischen Gleichgewichtes in Europa.